Der Serienhersteller Hartke zeigt seine Interpretation von Fahrzeugen mit weiß-blauer Ausgangsbasis. Nicht Showtuning ist hier die Devise, sondern mehr Leistung und dezentes Understatement. Unser Objekt der Wickede, der 540i mit 350 Hartke PS. Dezente Modifikationen an der Karosserie des Serienfünfers lassen nur ganz leicht erahnen, was für ein Dampfhammer er wirklich ist. Bei unseren Testfahrten im kurvenreichen Trentino stellten wir schnell fest, dass der Hartke ein Leistungsspektrum bietet, welches in dieser Klasse seinesgleichen sucht. Er ist einer der schnellsten 5er BMW, den es zu kaufen gibt. Schnell gefahrene Kurven machen mit derart hohem Leistungsüberfluss einfach Spaß. Doch auch sanftes Gleiten muss deshalb nicht langweilig sein, hat man schließlich die Gewissheit, sofort eine Leistungsexplosion entfachen zu können. Die Ingenieure haben den 4,7 Liter mit einem Sechsganggetriebe kombiniert. Es ist wunderbar kurz abgestuft und bereitet viel Schaltfreude. Außerdem gibt es Drehmomentssatz bis zu gewaltigen 500 Newtonmetern. Da würden nur drei Gänge beinahe aufreichen. Die eigentlich unmögliche Symbiose aus braver Familienlimousine und rein rassigem Sportgerät scheint hier gelungen zu sein. Das Fahrwerk, ebenfalls von Hartke perfektioniert, blieb durchaus komfortabel. Es ist kurvenhundrig und selbst bei erreichender Höchstgeschwindigkeit bleibt es souverän und sicher. Dieser Fünfer lebt auf großem Fuße. 19 Zoll Felgen mit vorn 245er, hinten 275er Breitreifen bestimmen die Optik. Ein paar Spoiler mussten wohl wegen der Aerodynamik sein, blieben aber dezent. Kleine optische Extravaganzen setzen sich auch im Inneren fort. Dem betrugten Autofahrer fehlt es ein Nichts, wie gewohnt bei BMW. Nur einzelne Komponenten weisen auf die Besonderheit dieses Wagens hin. Der Rest kommt aus der Serie. Der 4,4 Liter Achtzylinder von BMW bekam 300 Kubikzentimeter mehr Hubraum, Sportnockenwellen und größere Ventile. Ergebnis, Kraft und ein Sound, der hält, was er verspricht. Er katapultiert die Fünferkarosse in nur 5,3 Sekunden auf 100. Das ist Schub fast wie im Jet, bei Hartke mit einem Jahr Garantie. 275 kmh Höchstgeschwindigkeit, Drehmoment satt und in jeder Fahrsituation sicheres Handling. Die Rechnung geht auf im 5,47er. Für etwas über 120.000 Mark erhält man ein exzellent komponiertes Fahrerauto mit Familienambition. Einen Sportwagen, der die Kinder, den Hund oder auch nur ein paar gute Freunde mitnehmen kann. Eine interessante und folgerichtige Interpretation des 5er Themas. Wer auch sonst nicht von der Stange kauft, könnte mit ihm genau richtig gehen.